Ja, obwohl ihr ja meine ganzen, ähm, fast ganzen Anime-Sammlungen kennt, wollte ich euch nochmal eine Sache ein paar präsentieren. Also, ich zeig's euch jetzt der ganz, also meine ganzen Anime-Sammlungen. Detektiv Conan hab ich hier, den zweiten. Mit dem, das Ziel heißt das, oder so, das Ziel. Dann hab ich hier Wedding Peach, auch eine tolle, ähm, Serie. Ich hab sie damals, ähm, sehr günstig bekommen. Ja, das ist natürlich, hab ich die Klopplatte Staffel. Und, ähm, hab er laufe Kat. Und, es ist so, dass Wedding Peach echt toll ist. Ich hab am Anfang gedacht, dass es nicht so toll ist, weil es auch mit Kämpfern zu tun hat. Aber, wie's ausschaut, ist ja nicht schlecht. Ich hab ihn mir ganz schön angeschaut und ich find, er ist echt toll. Gut, dann hab ich hier Hikari. Hier die kleinen Superstars Hikari. Hikari mit Bodenturnen und alle möglichen Sachen. Hab ich, ähm, auch sehr lange gesucht und hab ihn endlich gefunden oder bekommen, hab ich bestellt. Dann hab ich hier Lady Oskar. Natürlich. Ist klar. Natürlich die Komplette. Dann hab ich hier die Kamikaze-Tibin. Ja, toll, jetzt fliegt mir das alles runter. Entschuldige, Leute. Dann hab ich hier die Kamikaze-Tibin. Auch die Komplette Staffel. Dann hab ich hier die Kämpfer. Natürlich auch alle komplett. Ja, hoppala, ist nicht gut. Dann hab ich hier Perrin. Auch nicht so schlecht. Ich muss sagen, Perrin ist meine absolute Lieblingsserie auch. Auch ein bisschen traurig. Weil, ähm, da jemand stirbt. Aber ich sag nicht, wer. Dann hab ich zwei Manga-Bücher. Ich hab die vor ein paar Tagen erst bekommen. Die Piraten und die Prinzessin. Hab ich zwei Teile davon. Da nochmal den ersten. Da hinten den zweiten. Das ist der erste. Das ist der zweite. Ja, keine Ahnung, was das für ein süßes. Und dann hab ich noch Mila-Superstar. Schaut echt toll aus auch. Ja. Gut. Das waren meine ganzen Anime-Sammlungen. Und hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann schreibt mir wieder. Tschüss. Tschüss.